Jeff, komm mal her, komm mal her. Ja, Jeff hat ein neues Halsband bekommen. Weil es oft so ist, dass die Halsbänder nicht lange halten. Mit der Firma haben wir schon gute Erfahrungen gemacht. Die halten lange. Die sind auch gut tragbar für den Hund. Und die sind jetzt auch nicht so teuer. Aber ich hatte eine Zeit lang für ihn immer diese Kettendinger, nicht diese zusammenziehbaren. Er hatte mal eine Zeit lang so eins, das war so ein Geschenk, aber es war viel zu groß. Es ging eigentlich nur darum, dass er irgendwas am Hals drum hängen hat. Weil, wenn die Polizei hier lang kommt und so, weißt du, dann musst du auch immer den Hund an die Leine nehmen. Na? Ja. Vor allem das ist ein bisschen breiter. Normalerweise sind die immer so dünn. Und das ist eigentlich ganz gut. Mal schauen, wie lange das hält. Und auch nur noch ein paar Sachen zu finden. Und auch nur noch ein paar Sachen zu finden. Na? Ja. Und dann können wir auch noch die Sachen zum fragments. Das ist vor allem dann. Ah, so. Ja.